Ja, schau jetzt da filmen. Jetzt musst du ihm das filmen versäulen. Komm, machen wir. Mach viel Lärm machen, weiss auch. Kannst du ausschneiden? Ja, okay, wenn du hörst. Riechi, das kannst du löschen wieder. Riechi, das kannst du löschen. Passt es dir nicht hin? Und das Gejadel hast du auch noch drauf. Das ist ja schön. Hilmar, hilmar. Du musst mir da wirklich anschauen. Die leuchtet jetzt raus. Die Zunge raus. Lässt du weg. Herr Matten, die Zunge raus ist weg. Können Sie mir so etwas anziehen? Wir sind ja gut, der Matten nicht. Der ist so hault. Mal eine Zeit lang. Der ist so hault. Witz, du hast ja ganz gut. Witz, du hast ja ganz gut. So machst du es auch gesehen? Es ist richtig. Du musst ja aufstehen ohne die Kamera zu wachen. Ohne die Kamera zu wachen. Hallo. Du musst ja noch ein Film Planung. Ja die Bilder und seine Kiste aus der St exit vermessen. Ja, ja. Du bist dann noch als Fernseh-Geles. Ich müsste das Karussell sein. Ja hier. Ja die Familien. Hobby Video sehen. Wie steht uns wieder nach uns von dem Ding. Der will genau gleich, der Mann vom Karussell. Ja wie Kurt Oeschbacher. Jetzt bist du nicht mit dem Verwandt. Das ist der Bruder von mir. Immer wenn ich den sehe, kommt Maria in. Ja. Ja, der kommt rein. Das war auch so eine Detonung. Hast du gesehen vom Schwaneseig? Vier Wochen? Nein, nein. Zwei Wochen. Bist doch Schwaneseig auch vom Vassler Stadttheater.